Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich Willkommen diesem Mittwoch, dem 31. Juni 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 843. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Waze, AVM Labor, SSD 870 QVO, Development Chick 2, Wi-Fi Next und die New York Times. Ich beginne beim Google-Dienst. Der ist schon länger mal erwartet, dass Google das vielleicht mal einstellen könnte. Google macht das ja gern, auch wenn eine gewisse Nutzerschaft da ist. Vor allem, wenn man mehrere Dienste hat, die parallel laufen und das Gleiche bieten. Und das tut ja eigentlich Google Maps und Waze. Aber nicht ganz, denn da ist, wie gesagt, eine richtig starke Community am Werk hintendran. Und Google möchte die beiden Plattformen jetzt auch stärker voneinander differenzieren. Der neue Auftritt soll modernisiert sein, auf das Wort happy, also glücklich sein, soll hervorkommen. Und das sieht man auch den ganzen verspielten Logos und Karten an. Ich bin gespannt, wie euch das Ganze gefällt. Und vielleicht ist der eine oder andere Waze-Nutzer unter euch. Dann lass es uns doch mal bitte über Social Media, die Kommentare, E-Mail oder wo auch immer wissen. Beim Berliner Unternehmen AVM geht es schnurstracks oder mit grossen Schritten, wie man es auch immer sagen möchte, in Richtung Fritz OS 7.2 zu. Man weiss nicht genau, wann es kommt, aber die in letzter Zeit häufig auftretenden Updates in der Laborversion, das sind sogenannte Beta-Versionen von AVM, zeigen, dass es doch langsam in die Richtung gehen könnte. Zumal jetzt auch die ganzen Repeater-Modelle der 3.000, der 2.400, der 1.200, der 600 und der 1.750e mit einer aktuellen Laborversion versehen sind. Ich werde mir das auf jeden Fall mal reinziehen und gebe dem Achim auch einen Tipp, weil anscheinend hat man auch die Kompatibilität zu Sonos WLAN-Speakern verbessert. Und da haben wir ja beide das eine oder andere Problem. Vielleicht war ein kleiner Grund auch daran gelegen. Wir werden es rausfinden. Dann hat Samsung eine neue SSD, die erste oder ihre erste 8TB grosse Consumer SSD vorgestellt. Die Samsung 870 QVO. Was das für Technologie im Hintergrund ist, wie sie funktioniert und so weiter, das könnt ihr nachlesen. In den Shownotes ist ein Beitrag dazu verlinkt oder auf daily.giktok.ch und oder natürlich in den Shownotes deines Podcatcher, den du gerade nutzt. Preislich ist das Ganze auch interessant. 1TB gibt es ab 149, 2TB ab 279 und dann geht es dann auch hoch bis 8TB, wo dann schon 999 Schweizer Franken fällig werden, was ein bisschen mehr ist. Aber hey, man kann damit einiges tun. Zum Beispiel eine externe Festplatte dazu bauen oder es in einen Gaming-Rechner einbauen oder bei mir in den Schneide-Windows-Rechner. Das wäre doch mal was, Samsung. Dann geht es weiter mit DevoloMagic. Vor kurzem habe ich euch schon mal von einem neuen Produkt berichtet. Jetzt kommt ab heute oder morgen besser gesagt, kommt ein neues Produkt in den Verkauf. und das ist das DevoloMagic 2 WiFi Next Kit, das Starter Kit, das Einzelpaket oder der Multiroom Kit. Das ist die mit neuer Technologie ausgestattete Access Point, mit dem man das eigene Netzwerk, so ein Mesh-Netzwerk ausbauen kann, das Ganze über die Stromleitung laufen lassen kann und somit das Netzwerk ausbauen kann. Neu hat Devolo Access Point Steering und Mumimo verbaut. Technologien, die andere Hersteller schon seit Jahren haben, auf jeden Fall eine gute Geschichte, dass jetzt Devolo da auch aufspringt. Was nicht mit an Bord ist, ist WiFi 6. Das muss man sich ein bisschen genauer anschauen. Und natürlich im Punkt der Sicherheit ist auch WPA 3 mit dabei. Auch dazu gibt es einen ausführlichen Begleittext in den Shownotes verlinkt und bald auch einen ausführlichen Test von meiner Seite. Ich bin da schon mal gespannt, wie sich das Ganze mit dem letztjährigen Modell vergleichen lässt. Und natürlich dann auch mit meinem aktuellen Setup, mit dem von Google und von AVM. Da werde ich mal ein paar Parallelen ziehen und bin sehr gespannt. Zu guter Letzt haben wir die New York Times, die zieht sich aus Apple News zurück. Und da muss man aufpassen, das Ganze ist nicht aus der Apple News Abo-Geschichte, welche im letzten Jahr lanciert wurde, das Apple News Plus, sondern aus der Apple News App, die vor fünf Jahren eingeläutet wurde. Die Gründe sind, anscheinend hat man zu wenig direkten Kontakt zu den Lesern über das ganze Geschäftsmodell und auch zu wenig Traffic wahrscheinlich. Liegt aber unter anderem anscheinend auch daran, dass die New York Times nur ein paar einzelne Artikel pro Tag rüber gespielt hat und nicht als komplette Sortiment. Und ja, das war's für heute, genau. Übrigens, ist der 31. oder ist der 1.? Gleich mal kurz in den Kalender. Ich bin wieder mal in einem Kalenderchaos aufgesessen. Genau, heute ist natürlich der 1. Juli und nicht der 31. Juni. Ja, besten Dank an der Stelle. Es ist auch ein Frühjahrmorgen. In diesem Sinne euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.